Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Heiden Sieg Video. Diesmal mit Personen, ich und der Ghostbinder. Hallo. Moin. Und wir sind nicht auf der Map zu sehen und wir haben gar kein Radar und hart fahren wir auch aus. Gut, die Map ist auf der Karte in Palomano Creek heisst das glaube ich. Also dieses Gebiet hier. Vom Waffenladen in der Ecke, von hier, bis zum Klamottenladen Baustelleende, bis zum Spray da oben, also Tuning-Werkstatt. Diesen kleinen, langen Stift. Strassen, ja, servieren. Weil hier gibt es recht viele Gegenstände. Und, ja, da wir sowieso, ähm, jetzt nur zu zweit sind, ist es auch gut, dass wir uns Spielern anzieht in der Nähe. Aber wenn es zu sehr man sieht, dann müssen wir auch die Spieleanzeige ausmachen, gell? Oder sollen wir das jetzt schon machen? Ich habe es ausgeschaltet, aber nicht. Ja, aber ich mache die Spieleanzeige jetzt auch mal raus. Ja, weil sonst sehe ich dich und auch immer wieder suche. So, ich bin der erste Verstecker. Soll ich dir nochmal Autos bauen oder sollen wir einfach generell den nehmen? Nee, ich laufe, okay, geh du mal zum Südwestpunkt, dort oder zu viel Zeitraden. Oder hier, näh, ne, nimm ein Zitono hier. Ja, ich fahre nicht gerne weiter, dann siehst du, wo ich hin, ungefähr gefahren bin. So, ich bin hier oben auf der Spitze, du kannst mich suchen, nein. Ja, du musst mein Autos holen. Erst nichts, doch ist es zu sehen auf der Wand, okay. Ich will jetzt mein Style ändern Zack Was hast du mich gesehen? Nein, ich bin an die Wand geklatscht und wieder abgeprallt Okay, go Also ich bin jetzt im Verstecken, auch nicht am go Ja, wie? Ich tue mich jetzt zuerst verstecken Ja, ich dachte, ich fang an Ah, du? Ja, du bist in der Suche Also dann bin ich der Suche Ja, dann geh wieder in diese Torno rein Ja, ich hab doch gesagt, ich möchte gerne Ja, hab ich da nicht gehört Gerade bereit bin, oder? Zum abhauen Also der Torno ist da Und ich geh zum Polizeirevier, dass ich wirklich nichts sehe Ja, ja, ich bin Ich kann schon loslegen, ich bin fertig Ah, ich kann schon suchen, okay Ja Ähm, ich denke ungefähr hier Ich glaub nicht, dass du soweit beim Äh, bei der Werkstatt bist Okay Also In die Läden nicht rein Ja Ich fahr mit dem Auto, ne? Ah, du bist jetzt wieder mit dem Auto Gut vorbereitet Haben wir doch vorher gesagt! Nein, ja Natürlich Dass du, dass ich das Fahrzeug nehmen darf Zum Suchen und zum Verstecken, haben wir gesagt Nichts, ne? Okay Können wir jetzt zwei Runden machen mit Fahrzeug Und dann einfach zwei Runden suchen? Ja Aber eben, ich finde es einfach viel besser, wenn wir einfach zum Fuß sind Und irgendwo wirklich verstecken Ja, ich dachte so, du, du, du Ich fahr mal das gar nicht mehr wie super stecken, weißt du, mit Dingens Aber dann noch also Es ist einfach, verstecken ist so eigentlich, wie die Kinder auch spielen, oder? Oder auch die Erwachsenen Ja Das ist halt speziell Autoverstecken Das mach ich eigentlich so Wenn man wirklich schlecht sieht, wer drin ist Das hat einfach ein bisschen zu sehr Richtung Ja, Glücksspiel Ich finde verstecken muss auch belohnt werden Für die Suche Was denn mit dem Kill, oder was? Auch nicht mit Kill Man versteckt als Kind nicht mit Kill Ja, 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 ja Einfach so ganz normal Ah, ich hab dich Ich hab deine Philosophie gesehen Ich hab deine Philosophie gesehen Blond und der Name hab ich auch gesehen Recht schnell Ja, okay, dann gib mir jetzt den Tor oder bist du da? Also ich hole noch ein Auto irgendwo Ich geh halt auch zur Werkstatt Ich darf ja dir das Auto nicht zeigen, oder? Wäre nicht so gut Ja Das ist natürlich wieder klar Ich mach die Scheibe kaputt Es geht über alle Kann ich ein Stein Es kommen einfach keine Autos und Leute laufen auf der Strasse Hallo, ich möchte ein Auto Ja genau du Genau du fährst Du fährst jetzt hier hin Genau Fertig Fertig Jetzt hab ich ein Auto aber ich muss zuerst wieder zur Strecke Strecke Nein, nicht, 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 nicht ankommen Nein, nicht da drunter Da ist sie ja Sehr gut Also ich bin jetzt gerade auf der Strecke gleich Und kannst du loslegen Jetzt, Rolf Jetzt kannst du loslegen Ich hab dich gefunden Es ist zu leicht, komm wir machen was zu frühes Es ist viel zu leicht, wenn du mich hast in der Nähe Ja, schau bei mir ein Es ist auch ein doofes Auto gewesen Es ist so sensibel Ich hätte gedacht Ich nehme extra ein grosses Fahrzeug Es ist nicht so sensibel Es ist mir Aber du, das Auto verscheidest vom Polizeirevier Ich, ich fahr Ich versteh mich dann jetzt Ja Also aber immer nur in diesem Streifen, gell Nicht Ja, ja Wo ist der Streifen? Ah ok Ist Ah ja Also hier ist der Streifen Leute, ne? Hier Ich bin so versteckt, dass ich gar nichts sehe von diesem Streifen Das ist aber gut Also läden geht auch oder was? Äh Nein Läden ist halt einfach doof, dass man nicht richtig rein Also Ja nicht So langsam umschauen kann Einfach alles außerhalb von Gebäuden Wo man rein kann So richtig rein kann Zum Beispiel der Waffenladen ist nicht erlaubt Da muss man 27 Also Angebeute kannst du schon rein, wenn das so eine Veranda ist oder so Kann man auch ein bisschen tricksen so oder? Ich muss es erreichen können, ich bin da nicht der Mann Ja ok Also ich meine ohne Mod-Mü, meine ich jetzt Du machst komplett ohne Mod-Mü irgendwo etwas erreichen, ja Ja ich Du musst dich übrigens nicht behören Wir testen mal was Wir testen mal was Kann mir aber so gut vorstellen, dass das gar nicht geht Aber wenn ich das schaffe bin, dann bin ich dann ein bisschen echt krass Muss ich sagen Also Äh Huch Jawoll Nein Nein knapp Knappes Ding Warte mal, ich kann doch einfach so doch Hä? Hä? Komplett dumm einfach Alles klar, warum nicht, ne? Komplett lost einfach Ja moin Warum nicht, ne? Ich rätsel jetzt mal nicht wo du bist Hä? Ich rätsel jetzt mal nicht wo du bist Lolli ist so eine unsichtbare Wand Okay Ja Sehr sehr pagi Ja, machen wir wissen doch nichts Ich denke du bist irgendwo auf einem Gebäude oder auf einem anderen Gebäude, das du nur von einem Gebäude erreichst Oder eigentlich 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 was Hätte ich das sogar eine Idee, wo du es sein könntest, aber pssst Das habe ich dir schon gesagt Ah, los Also du bist flieg, äh, versteckt Ja Also wir sind Turm dort, aber wir sind dort auch nicht Ich bin ja Turm Es gibt einen Turm Also es gibt sogar zwei Töme Aber die sind nicht groß Und zum Militär So, sag dir mal einen Tipp geben? Nein, ich schon, nein Ich gebe dir einen Tipp Nein Ich gebe dir einen Tipp Wenn du schon einen Tipp geben willst, ist das deine Entscheidung Ne, will ich nicht Na, ist ohne Tipps machen ja Nur wenn derjenige Nur wenn derjenige das halt will, ne? Also wenn es braucht, genau Und ich mache Faceplancher So, also ich werde mal zu Fuss gehen, nicht zu Auto Ah, du bist hier Müll, stimmt Dein Mund Also ich sage mal so, ich bin gerade ein bisschen Hm Ja Halb, halb Einerseits möchte ich, dass ich dich finde Halb, halb, äh, das ist zu schwer Naja, ist klar Naja, ist klar Es ist eigentlich nicht so ein großes Gebiet Ich muss einfach alles abschauen Haaaaaaah, ich komme einfach gerade wo es So, Digga, das ist komplett egal Ich komme wieder weg, ey Egal, ja Was dauert noch? Das dauert noch! Das dauert noch! Okay, dann bist du in der Nähe. Ja, wer es glaubt, ne? Ja, ich geh ja schon ein bisschen weiter. Oh, das sind wieder diese Statuen, die man gesammelt hat. Das dauert lange, Drago. Bist du mich mal findest? Wo bin ich? Wo bin ich? Ich hab ja gesagt, du bist genau da, wo ich bin. Nee. Oder doch? Wer weiß, ne? Das ist total wichtig. Oder nein, ich hab dich noch lange nicht. Also ich kann ja dich auf der Karte verfolgen, ne? Ja, genau. Du darfst ja. Ich darf nicht. Du kannst es ja auch sehen, wenn ich hier auf die Karte schaue. Du siehst mich sowieso nicht, weil ich Opfer da bin. Also. Wenn du mich auf der Karte sehen würdest, würdest du mich nicht sehen. Also. Wenn du auf der Karte schauen würdest, würdest du mich nicht sehen. Also. Oh, damit es langsam heiß. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ne, wie viel Arsch. Ne, selbst sag ich ja nicht. Ne, Spaß. Also bist du auf jeden Fall schon in der guten Richtung. Okay. Ja, ist. Ah. Ne, jetzt wieder. Jetzt wieder. Was? Ich bin an dir vorbei. Oder. Vielleicht bluff ich auch nur. Ja, aber. Ich such jetzt einfach mal grob durch. Okay, mach. Ja, das macht sehr viel Spaß. Also ich habe ja geduld. Ich muss dich nicht so schnell suchen. Ja, wahrscheinlich. Ich kann den ganzen. Die ganze Nacht. Nee. Kann man nicht. Ich muss nicht schlafen. Ich habe genau geschlafen. Ja, ich habe keinen geschlafen. Hä? Du sagst die ganze Zeit, du bist heute dringend müde und um den Platz. Ja, und jetzt bin ich wieder ein bisschen bitter. Ja, genau. Du bist schuld, dass ich nachdachtig. Ja, sicher. Ja, ich bin weh. ich habe nichts gesagt dass ich ja gesagt habe ich habe nichts gesagt das heißt ich mache es also heute habe ich noch ein bisschen lust morgen denke ich mal gar nicht mehr also dafür die ich jetzt etwas fragen muss vielleicht ein tipp für mich sein könnte auf einem gebäude bist du auf einem gebäude sagst du nicht hier in der garage ist ja weil ich doch reinkommen ja 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 wahrscheinlich aber man kommt doch dieses gebäude also da bist du nicht das ist eigentlich überzeit sein überzeit muss ich sagen es ist ein also versuchen ist es weniger toll zum verstecken ist es eigentlich auch ziemlich toll also es ist hochpolitik was die gleiche einigen und die können wir auch machen die fleischerei einfach einmal machen aber am besten zu dritter zu wird wenn wir fleischerei fleischerei ist das große gebäude hier wo das oder wo die schienen sind wahrscheinlich das ist die gleiche wahrscheinlich oder für arschereien da gibt es arschfleisch du bist sicher auf diesem gebäude wenn man hier nur hoch kommt also jetzt mit mir kein video mehr oder hat er muss mich immer nur töten nein muss ich nicht das war nicht nur spaß genau darum ja 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 genau dann geh du an zum polizei gehen schlagen das ist ja nicht so schwer wahrscheinlich schlagen war schmerzhaft weil du da nicht stehst also zu töten ist da sogar nicht mehr schmerzhaft ne also tragen wir das aber ich habe schon mal wieder verkackt wenn ich jemanden umbringe tut wohl nicht weh oder also das äh ja ja brauchst du ungefähr gleich ich hab schon etwas wahrscheinlich ja aber ich komme ich komme nirgends da ein gott ich gebe dir mal kurz auf war da dass ich dich auch das also also das ist auch die erste kontrolle außer dass man das wird dass man dich nicht sieht ne dass man dir interessiert also sehren kann bist du denn jetzt da so ein hart soll ich noch dieses andere system oder anja na ja also bei mir glaubt nix ja du musst auch erst dann am ende wenn wir mal näher sein aber ich suche gerade noch etwas besseres ab ich glaube ich finde nichts mehr besseres also bist du fertig oder was warte kurz ich muss kurz auf der merke schauen hä ich finde das nicht mehr so gut heißt ziemlich gut hier ja fertig fertig ja ok ich kann mir vorstellen wo du bist ich kann mir vorstellen ja ok hier kann es ja schon mal nicht sein weil du kannst nämlich nicht von in so kurzer zeit von hier bis nach hier gelaufen sein also musst du irgendeinem von hier sein ich bin durchgerannt ich bin ganz weit weg von deinem von dort ja von meinen also das ich die ich gefunden habe bin ich weit weg wo ich fange jetzt habe ich hier zu suchen da ich vermute dass du mich hier anfangs irgendwo hier sein kannst du weißt dass ich ja ein bisschen schlaue denke also dass ich zum beispiel denke du würdest mich nicht finden am anfang genau ja also ich gebe aber dann tipps gehen warum nicht lange richtig weil ich jetzt auch nicht unbedingt will dass du das ganze ganze alles musst durchsuchen aber nicht jetzt schon ja ich könnte ja mal schauen nach fünf minuten also so den ersten kleinen tipp ja schön ja du machst das gut auch wie ich ne das mit dem grobflächig zuerst einmal also habe ich jetzt bei dir den jetzt ausgemacht dem geort weil weil sonst soll ich mich dass ich dass ich dann bei dir irgendwas bauen oder so bei mir droppt nix ich bin jetzt gerade am sitzen also am ja cool gedrückt halt ne ok dann ist ja eigentlich jetzt gut also hier wäre auch was gut ne im im auto drin in meinem auto drin in meinem auto drin ha ich höre deine mouse also dein gamepad ja das hast du auch nicht immer oder schlecht nein also jetzt hast du gerade so gedrückt dass ich es gehört habe aber mein head bei meinem gamepad hörst du sie auch gar nicht das ist einfach schlecht gemacht dass die knöpfe so laut sind ja ich mache jetzt mal kurz die animation für kippen das nicht geht weil wir gerade so weit unten sind Inventar Snacks Kippen What next? Snacks Snacks Dann noch was Was Wahrscheinlich Du musst nur eine Minute haben weil ich gerade kurz ein bisschen mein menü geguckt habe weil ich ein paar sachen hatte was muss ich machen hier ist das sehr probleme an nichts einfach füllen also du hast ja gesagt fast du nach fünf minuten hier irgendwie was machen willst Zack Oh wie schön der Mond Bist du denn alter hab ich schon so viel abgesucht alter was ist das denn bist du da oben Ja Ja Hast du gehört ne Ich bin nicht gerne oben Nein ich hab nichts gehört Doch das war Schuss gehört oder? Nein ich hab nichts gehört Echt nicht Als ob du zum Beispiel das Schuss nicht gehört hast Das war es komplett Da war komplett der war komplett alter Der war komplett alter alter der war komplett komplett kompli Darf ich mal einen Tipp fragen? Also einen Tipp fragen, also links. Hm, warte noch ein bisschen. Es ist jetzt 26,37, das hätte ich mir gesagt haben, 5 Minuten. Also bei 25, weil ich ja 30 getan habe, wenn ich mir die Videos habe. Was? 35? Also nach einer Minute und 27. Dann gebe ich den ersten Tipp. Mhm. Bist du am Dach oder sowas? Ich sag nix. Ich gebe den Tipp, gebe ich den an 5, also bei 5 und so und so. Nach den 5 Minuten gebe ich den Tipp. Alles klar, warum nicht noch? Warum nicht? Wahrscheinlich. Gernst du drüber? Du bist das Stück, oder? Such einfach ein bisschen mehr in der Region. Du hast noch, ja, du hast noch einen Abschnitt noch nicht. Also bin ich noch, also bin ich noch, also bin ich noch richtig, oder? Wie gesagt, ich habe keinen Waffensound gehört. Ich bin schon noch weit weg. Hm, ist klar. Vielleicht. Vielleicht hast du eh weiter weg, bist du schon jetzt nicht mehr auf der Welt. Vielleicht sagt er wahrscheinlich, sagt er vielleicht. Und die Bullen, die sind toll. so jetzt noch 18 sekunden gibt es den ersten tipp du krieg ja gut was ja ist gut ich gebe keine tipps besser ist das video ist schon 24 minuten ich bin auf einem dach aber ich bin nicht auf dem dach wo du bist ich bin seitdem daneben aber ich bin auf einem dach das ist der typ von 25 also wir uns und bist du da oben drauf oder schild ist ein schild ich sehe nur ein brett ganz schön auch hier und das spiel sehr okay wo bist du spiel soll ich jetzt den besten tipp geben ja du bist ganz nah schon gewesen wirklich nah ja ganz klar ist wirklich gut oder ganz ja da bist du ja hier rechts auf dem dach auf das weiße doch da aber kann ich hier hoch gehen irgendwie schon ich kann hier hoch gehen du versuchte wieder dinge die einfach keinen sinn ein brett ist vor dir ja du hättest mich nie gefunden ohne diesen tipp dass ich auf einem dach wäre ich wollte einfach das gleiche wie du machen aber ein dach wählen wo man nicht einfach bei leite hochkommt oder so dann haben wir das wieder im video geschafft und dann machen wir das nächste mal hat in einem ich wusste ungefähr dass du in dieser region müsste ja weil ich dich ja hier raus gelassen habe quasi ich mache das so als würde ich weg gehen aber ich war immer noch in der region ich blieb einfach in der region und deshalb habe ich ja gesagt ich bin noch nicht bereit und ich war wirklich bereit weil ich das erst am schluss mal hier also dann viel spaß noch mit anderen videos und bis zum nächsten video